Du bist aus dem Gröbsten raus und jetzt raus aus den Tunneln. Wie auch immer ich das anstellen soll. So, wieder ein Level. Warum machst du das? Ey, der bricht einfach das Dings ab. Das gibt's doch nicht. So, jetzt aber. Okay, da hätte ich drauf springen müssen. Hm, 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 hm. So. Na, da. Warum macht das? Es kann doch nicht sein, dass der einfach... Ich drück doch gar keine Taste, Mensch. Okay, das war jetzt doof. Da hinten laufen die Dubel. Das ist ja süß. Oh, das ist vorhin, das vorhin, vorhin, das Level. Das ist ja cool. So. Upsala. Na, jede Witz gar. Ach du Scheiße. Boah, das kann ja was geben. Oh Gott, ich hoffe, das ist nicht noch länger. Die Dubels, die sind ja, das ist ja egal. So, jetzt müssen wir nur vor mir landen. Lande, lande, lande. Ups. Schalter. Was auch immer. Ich hoffe, ich brauche keinen anderen Dubel. Oh Gott. Dubel, 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 dubel. Wo, war, wo, hier, nur, was, Vibration. Wo, wie, wo, was? Was geht denn hier ab? Was ist das jetzt? Ja. Krass. Eine Welle ihn spülte zurück in das Licht. Und die durstigen Bürger, äh, die durstigen Bürger, sie grämten sich nicht. Doch gegen seinen Durst fand Bibi keine Mittel. Er verfolgte die Torte bis ins nächste Kapitel. Es gibt noch eins. Da oben. Ich bin gespannt. Okay. Äh, ich hab nämlich gar keinen Walkthrough zugesehen. Oh. Ja gut, das kann ja nur lange dauern. Köstlichkeiten, ach ja. Durch Uhren und Höhlen, unser Freund hetzte Rüde durch Feuer und Eis, bis der Kuchen war müde. Seiner Magie fast beraubt, blieb ihm nur noch ein Sprung durch die Hintertür des Kosmos zur Selbsterhaltung. Auf dieser Bühne war Beckersburg ein Set und seine Bürgerrequisiten, weil sie nicht fanden nett. Oh, das ist ja süß. Oh, guck mal. Benutze Licht, um Kuchen zu aktivieren. Licht kann auf Winterbottom übertragen werden. Schnappe dir den Scheinwerfer... Wettwand... Wettwand... Fettwands. Wir wollen dich essen sehen. Hä? Ah. Wie auch immer. Achso, das sind jetzt wieder die normalen Klone. Ah, okay. Okay, okay. 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 Ich bin gerade ein bisschen am überlegen. So, Moment. Nein, bleib stehen! Ach, aber hat geklappt. Naja, gut. Ganz ohne Worte flehte die Torte. Bedenke meine Worte! Ich habe dich geführt zu diesem Orte. Oh Gott. Die Zeit zu zerreißen war des Kuchens Plan, damit Pibi korrigierte, was er an Unrecht getan. Ab ins Rampenlicht, du Rampensau! Alleine schaffst du's nicht. Ähm, wo sind denn hier Kuchen? Ach, da drüben. Ach, da unten. Oh. Wie komme ich denn da hoch? Nur mit nem zweiten Pibi, ne? Ja, dann theoretisch so. Denn Jetzt muss ich mir noch einen Moment warten, weil er hat jetzt kein Licht. Ach, das war schlecht, aber ist egal, vielleicht klappt's noch. Nein! Den hat er nicht mehr eingesammelt gekonnt. Perfekt! Zwar knapp, aber hat noch geklappt. So, jetzt machen wir mal meine Stimme ein bisschen leise. Irgendwie übersteuert die gerade wieder gefühlt. Er reparierte die Uhr, indem er Kuchen verschlang und bewahrte die Weisen vor friedigem Untergang. Fehlt... was? Fehlt... Ach so. Was ist der? Verliere keine Zeit. Oh. Cool. Das Spiel ist toll. Düdlülü. Ich glaube, ich habe eine Idee. Nee, habe ich gar nicht. Scheiße. Und das ist doch wohl nicht wahr. Nee, das kann nicht klappen. Niemals. Ähm... Ist ja süß, wie die Scheinwerfer blinken, aber... Nein. Ähm... Ähm... Vielleicht... Nee, ist aber auch kratsch... Wie ich denn da haue... Nee, ich... Also, mal ganz kurz überlegt, ja? Ich springe da drauf. Und denn eigentlich... Warte mal. Ich habe einen Plan. So... Genau der. Ach, scheiße. Komm schon. Super. So muss es sein. Nee. Komm. Ich muss ihn da nämlich dann hauen. So, genau so. Mehr muss ich eigentlich gar nicht tun, außer... Ach, scheiße. Außer das Licht zu aktivieren. Wie ich das hasse, wenn das so scheiße passt. Ach, komm, machen wir es nochmal. Also, drauf hauen. Hier hinstellen, aufnehmen. So, extra lange, damit da nichts schief gehen kann. Wie, das super klappt. Jawohl, so. Perfekt. Guck mal, wie gut ich bin. Wie ich einfach gut bin. Er löschte sein Feuer mit dem Kuchen als Ziel, sodass die Backstube nicht zur Asche zerfiel. Hör mal, du Nase. Ich weiß, die Tipps sind manchmal rüde. Tut mir leid. Ja, kein Problem. Hm. Warte mal. Das könnte knapp werden, aber es könnte klappen. Dann nochmal ohne Segeln probieren. Jetzt mache ich das mal so, dass... Genau so. Ich den Schalter aktiviere. Ich weiß nicht, ob das mehr bringt. Nein. Gut. Das was bringt Prezi auch nicht, aber man kann ja gucken. Huch! Ja. Hätte vermutlich nichts gebracht, aber so egal. Ach so, scheiße, scheiße. So. Tuck, 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 tullulululung-ding-ding-ding-wo-wo-wo-wo. So. Jetzt muss ich das nur so timen. Ja, so wird's fassen, glaube ich. So wird's passen. Das heißt, ich muss hier anfangen. Flupp. Zack. Springen, hauen, weg. Wieder nicht geklappt. Ich muss ein bisschen, äh, ich muss dabei ein bisschen vorsichtiger sein. So. Umdrehen, springen, hauen, weg. Umdrehen, springen, hauen, weg. Das passt. Komm, das passt, das passt, das passt. Jawoll! Mann! Er durchforschte die Höhle, getrieben vom Gier. Ohne ihn wegen der Dürre wäre kein, keine, was? Ohne ihn wegen, ohne ihn wegen der Dürre wäre keine Taverne mehr hier. Ich verstehe den Satz nicht. Piby hörte, hörte ihr zu und fing an zu denken. Was will ich mit dem Kuchen? Ich kann Hilfe auch schenken. Weißt du, manchmal denke ich mit Wörtern aus wie Schnauzbacke. Das ist ja schön. Ach du Scheiße. Na, wenigstens habe ich zwei Klone. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Nutzen hat. Ähm... Okay, pass auf, nochmal neu. Ich muss nämlich einen Klon haben, der das hier die ganze Zeit aktiviert. Und zwar dauerhaft ohne Pause. Achso. So, und dann gucke ich mal ganz kurz... Ach, das kommt sich eh nicht aus, ne? Ach, Gott. Boah! Das war jetzt super, das wollte ich genau so, wollte ich das natürlich haben. Eine Geschichte, die Perseys Mutter las in der Stadt, erzählte, wie seine Gier bezwang ein Nimmersatz. Und die Moral von der Geschichte, so sahen es viele, war Gutes zu tun, ganz ohne gierige Ziele. Zünde diese Kuchen an, Schnauzbacke, aber Dalli! Anzünden. Oh, vier Klone. Okay, ich brauche einen hier. Ich brauche einen hier. Ich brauche einen hier. Boah, krass, was? Ich brauche einen, der den Schalter anmacht. Das passt gar nicht. So, jetzt nur mal Interesse halber. Wie soll denn das klappen? Klappt habe ich nicht alle Kuchen. Die Zeit ist auch sehr kurz. Warte mal. Ich gucke gerade mal, wie viele Level das hier noch sind. Okay, fünf, sechs. Dann mache ich jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Ich habe auch genug aufgenommen für heute. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Tschüss.